Ist jetzt eine neue Map da? Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die wurde ein bisschen verändert, oder? Ja, der Meteorit ist eingeschlagen, der angekündigt wurde. Du kannst jetzt so Shards aufessen und dann kannst du höher springen. Ja, und die Map hat sich dadurch ein bisschen verändert, ein paar neue Gebäude. Ja, lass mal direkt zum Meteoritenloch da. Hm, das können wir machen. Spielt Basti gar nicht mehr? Doch, aber der hat Klausurenphase. So. Ab nächster Woche sind wir wieder full da. Wo geht's los? In den Krater? Ja. Nicht wundern übrigens, ich nehm das gerade auf. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Oder bei der ersten Folge sogar Fortnite. Und ja, Season 4 ist hier. Wir sehen schon den Meteorit-Einschlag. Aber die Stadt da drin ist immer noch da, oder was? Ist ja schlau. Ne. Das ist mal das die gewesen, das die Depot. Das waren mal drei Hallen. Und das ist jetzt so eine Art Raumschiffbar. Raumschiff kann man nicht sagen. Ah. Ich weiß nicht, Raketenabschuss oder was das mal sein soll. Ach, so ne Basis. So eine Militärbasis, wo die dann das Objekt sozusagen sichern, den Meteorit da. Und ihr seht ja, die leuchtenden Kristalle, die kann man aufnehmen und dann kann man höher springen. Aber, der Gegner vor mir hat schon ne Waffe, ich hoffe ihr habt auch eine. Nö, ich flieg noch. Ey, der Spass, nimm mir mein Dings. Was? Ein Noct. Ein Tod. Er hat noch keine Waffe. Mani, hast du was für dich? Ja, ja. Ah, nö. Mein Gott. Tanz mal rum, ist okay. Wenn man zu hoch springt mit den Kristallen gibt's dann irgendwann mal Fallschaden. Ähm, hier springt einer rum und tötet mich gerade. Danke. Danke. Wow. Wo denn? Außerhalb. Der ist. Wo. Habt ihr den? Ja. 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 Warte. Hier ist die Bank. Junge. Alter, man fliegt ja drüber weg. Bandagen habt ihr nicht gefunden zufällig, ne? Ich kann den First Aid droppen. Warte. Das ist lustig mit diesen Dingern. Warte. Na toll, jetzt ist es weg. Okay. Schuss auf euch? Nee, ich hab auf den Meteoriten geschossen. Um zu schauen. Aber das bringt ja gar nichts. Macht das nichts irgendwie, was sowas Creepiges oder so? Boah, ich weiß nicht mehr. Glaub nicht. Man kann den auch nicht anbauen, also abbauen oder so. Anscheinend. Glaub nicht, ne? Hier ist ein Trank. Hier nutzt einer, glaub ich, wieder das Zeug. Bei mir einer. Tot. Ja. Wund du mal. Ich bin blau. Das war's eigentlich hier. Ja, dann lass uns abhauen. Hier wär' nochmal ein First Aid. Ah ne, wo bist du? Du brauchst es noch. Am meisten. Willst du Verbände? Ich bin voll. Soll ich das jetzt schon nehmen? Ja. Mein Gott, dauert das lange hier. Können die das nicht schneller machen? Jetzt ist der ganze Zauber wieder weg. Das ist lustig. Das ist lustig. Ach lol, man kommt da gar nicht so hoch. Mit Kristallen. Kannst duzeug? Ja! stable, ich Local. So, wo geht's hin? Zum Retail? Ja, würde ich sagen. All right. Mit den Kristallen bekommt man kein Fallschirm, cool. Ja, aber es ist gefährlich, weil wenn der genau in dem Moment aufhört, wo du in der Luft bist, hinter uns. Wollen wir uns den holen? Äh, von Norden. Sind hier drin. Aber Norden auch, ne? Übrigens. Okay. Ich glaube, der Norden ist interessanter. Der Rest schießt erstmal nicht nach uns. Glaube ich. Doch, es wird auf mich geschossen, von überall. Äh, ich kann nur einen retten. Glaube ich. Ja, vielleicht schaffe ich auf dich noch. Von wo? Ja, von Norden direkt. Nee, einer. Einer, close. Au. Noch einer, pass auf. Ja, ja. Na toll. Na toll. Da sind wir tot. Gut. Ich bin mit dich reingestellt. Okay. 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 Ich bin mit ihm das Gegenstand. Ja. Na toll. Na toll. Gibt ja keine Vorteile. Das wollen sie dir alle weiß machen und dann. Ja. Ah, verdammt. Wollt ihr da nochmal hin oder willst du woanders hin? Ist da nicht noch so ein Krater oder so? Oder hier? Ja, ein Tiltet ist noch einer. Da. Da, oder? Nee, das ist ein Feld. Hier ist einer. Da ist ein Krater. Hier ist ein Krater. Da. Gehen wir da hinten? Ja. Da gehen wir hin. Das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Wie lange haben die an dieser Season gearbeitet? Ich glaube 60 Tage geht eine Season immer. Ach echt? Und dann machen die wieder was komplett anderes oder was? Ja. The fuck? Ja. Kommt ihr auf das Ziegelsteinhaus hier vorne? In der Kiste? Ja. Einer ist Headquarter. Da sind ein paar. Bis später. Bis später. Ja. Hier ist das. Hier ist es ganz einfach. Wenn ich vorne bin. Ich weiß, ich weiß. Wenn ich wohne. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß noch nicht. Wie war denn mit dem Moment. Ich weiß, ich hab. Ich weiß. Wenn ich weiß. nutzt die sprungkraft ist bei uns auch ein gebäude glaube ich ich komme wieder hoch ja hey wo hat er mich denn hergeholt jetzt das war richtig dumm okay so leute das war es mit der ersten folge fortheit und wir sehen uns in der zweiten folge wieder bis dahin tschüss